...Kennig Zürich... ...Auf Nummer 6 aus den USA... ...Heiniger Zürich... ...Auf Nummer 6 aus den USA... ...Auf Nummer 6 aus den USA... ...Hein 색 ...Auf Nummer 6 aus den USA... Und auch der Ratgevogal der Sitzende der Kurzmann-Rufermeisterschaften hier unterhalten. So, da muss ich noch zugeben werden, da bin ich ein bisschen gepackt, wieso ein Alte-Regel-Shopper 2 gefällt sich anstellt. Der ist in einer doch ziemlich guten Verfassung, hat vorhin genau die 1.0 Meter Schmetterling im Finale sausen lassen. Ist diese Strecke, wie gesagt, noch nicht gekommen, war ja bereits mit Ostform am Start, jetzt aber wahllere Strecke gekommen als jetzt hier in Berlin. Jetzt kommen wir da und waren eben nicht dabei, beim Programm des Olympiasiegers. Hat sich sicherlich einiges vorgekommen. Auf dieser Strecke, als deutsche Meinung nach, ist nicht dabei. Aber wie ich meine, trotzdem ein hochkabelliger Stadter in der anderen Welt, sicher mal die 1.5. die 8.0 Meter Schmetter in Berlin, die 4.0 Meter Schmerzen lenkt. Oder auch die 4.000 Meter Schmerzen. Und dann kann man eine Schwierigkeiten machen, um an der Welt zu clearance. Das weiß ich nicht. Aber die 2.0 Meter Schmerzen führen wir ab, das ist nicht dabei. So, dies ist eine Sekunde dazu, dass wir hier im Tablet Schmerzen bringen. Der Wettbehalte war Martin Lutti, eben bei Geburts, und dem größten Formel in der Zeit, auch gegen die Gb-Aumalifest, der Schmidt im jungen Jahr im Traum. Und auch nicht aufgefährst du den Zucker, das Wurst und Handel. Er macht sich gleich auf den Weg zum Europa-Rekord. Der Wettbehalte von Markus Rogan, in Spanier war das bei der Potsdamer Rogan-Leiste-Jahr in Istanbul. Potsdamer Jaguar, Hip Srolke, Peace and Day! Vielen Dank.